Frische Bergluft, herrliche Stille und ein super Panorama. Da heroben hast du einen wirklich schönen Ausblick überflachen. Meine Hausberge eigentlich, die größten Kalken. Wenn du dir eine gewisse Höhe erreicht hast, kommt dafür, es wird alles ganz, ganz anders statt heroben. Das sind meine Berge, das ist mein Vlachau. Das ist mein Vlachau. Das ist mein Vlachau. Das ist mein Vlachau. Das ist mein Vlachau.